Drei tote Frauen in Teheran, zwei in Tripolis, Lübien oder nach dem gleichen Muster abgeschlachtet. Ihre Nachbarin war die Nummer 8. Die Kollegen haben gesagt, sie haben was gesehen. Er hat mich gesehen. Wie heißt sie? Eske. Sind sie Türkin? Österreicherin. Vorstrafen? Drogenbesitz, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir schicken jemanden, der ihnen zeigt, wie sie sich selber schützen können. Der Arne hat dich beliebt, Samir. So kannst du ja. Das Jugendamt wird entscheiden, was mit der Kleinen passiert. Wer kümmert sich jetzt? Du bist vorbestraft wegen Drogen. Wirst du wegen Kindesentführung gesucht, das hast du an Kollegen nieder. Heute, du hast keine Chance mehr, die Ader zu kriegen. Ist das? Das ist wurscht. Der Platz des Weibes ist unter dem Mann bei seinen Kindern. Ich bring dich um. Ich bring dich um.